Guten Morgen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist jetzt 3.30 Uhr am Morgen, wo ich dieses Video, kann man nicht sagen, aber diese Sprachaufnahme quasi aufnehme, weil, wie so öfters, werde ich mal in der Nacht wach, gucke nochmal in die aktuellen Nachrichten und sehe erneute Hausdurchsuchungen im Haus von Schwager Florian bezüglich des Verschwindens von Rebecca. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich war. Mir standen fast die Tränen in den Augen, als ich las oder als ich dann realisierte, Mensch, die Polizei lässt hier nicht locker und da falle es kein sogenannter Cold Case für die Polizei und die arbeiten akribisch weiter. Und aufgrund dessen die erneute Hausdurchsuchung im Haus vom Schwager Florian, wo auch Rebecca verschwunden war an dem Morgen. Dazu heute Abend natürlich eine Sondersendung von mir um 20 Uhr heute Abend. Es gibt viel zu besprechen, denke ich mehrmals. Ich freue mich auf heute Abend, 20 Uhr, wie gesagt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.